Waldbrand-Reaktivierung in El Ravello, im Gebiet von El Sausal, und Hitzeprobleme in den Schulen. Das Cabildo auf Teneriffa hat wegen der Reaktivierung wieder die Risikostufe 2 angeordnet. Nachdem die Menschen von Santa Ursula und La Orotava in ihre Häuser zurück konnten, wurden nun in El Ravello Bürger evakuiert. Etwa 110 Personen sind davon betroffen. Da die Temperaturen weiterhin in weiten Teilen auf den Kanaren über 34 Grad Celsius liegen, besteht ein sehr hohes Waldbrandrisiko. Auch ist noch die Kalima vorhanden, daher ist in den betroffenen Gebieten eine deutlich geringere Sichtweite vorhanden. Wegen der Hitze wurden in Schulen bei Schülern und Lehrern Lipotimie und Ohnmachtsanfälle gemeldet. Lipotimie ist ein Gefühl plötzlicher Schwäche, das nicht mit einem völligen Bewusstseinsverlust einhergeht. In der letzten Woche haben sechs Bildungszentren das Ministerium für Bildung gebeten, Präsenzunterricht durch Online-Unterricht zu ersetzen. Doch der Antrag wurde abgelehnt. Ob das Ministerium jetzt einsichtiger ist, wurde nicht veröffentlicht. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.